Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Hausflipper. Ja, wir haben jetzt mal den Garten da schön gemacht mit Terrasse und Kaffeeecke und Spielplatz für die Kleine. Jetzt dachte ich, können wir vielleicht erst noch mal unser Bad schön machen und wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Das WC gefällt mir nicht. Mir gefällt hier Emmy. Oh ja, das schickt. Das gefällt mir. So. Geht's noch? Nein, soweit auch nicht. Aber. So. Montieren wir mal. Deckel drauf. Passt. So, was haben denn hier noch? Eine Heizung. Hat ich schon Licht drin? Ne. Dann holen wir erst mal ein Licht, würde ich sagen. Lampen. Deckenlampe. Ne, keine Halogen. Kosten zu viel Strom. Außen schwarz. Innen silber. Gibt ja kein grün. Die sollte aber hier drin auch reichen. Hey, wir haben Licht. Cool. So. Badezimmerheizung kaufen. Ja, genau. Ist die auch hier bei Badezimmern? Nein, nein, nein. Nee, nein. Das ist falsch. Badezimmerheizung. Das ist alles nur wobei ist das bitte ein kamin ich weiß echt nicht bei anschlüsse ist ein heizkörper ja egal so wir montieren aber nicht schon mal ein schönes bad so was haben wir da noch spülbecken ich habe noch dusche erstmal aufmachen also bei anschlüsse ist der kam es muss mir echt behalten das ist nicht so einfach leute ich mag die dusche rahmen schwarz glas so bläulich oder grau grau nee 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 oh gott naja gut ich wollte gerade sagen so weit oben will ich nicht haben möchte ich einfach da so hingesetzt habe schon fertig die passt aber auch gerade so mit dem fenster egal brauchen wir hier nur ein relativ kleines schnellere vergibs so waschbecken mal so ein kleines waschbecken ich weiß nicht ich habe dann jetzt auch gerne so ein bisschen was gräuliches graues holz graues holz ne find ich schon schön so ach ich habe vergessen aufzudrehen so mal gucken wie das ist das ist das ist das da drauf das ist das da drauf doch den 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 so sie von schrank klein aber fein gut hier muss man vielleicht so ein bisschen schräg draufsetzen das hätte man vielleicht noch ein tick nach links gekonnt aber auch nur minimal uns noch ein bisschen bisschen dekorieren das ganze ein blümelein oder so brauchen wir schon noch da oben hin zubehör badezimmer perfekt zubehör hat er noch irgendwie so ein richtigen mit klopapier ach ja stimmt die seife können wir gar nicht oben hinstellen habe ich vergessen ich finde es auch blöd dass wir immer wieder dann hier zurückgehen müssen das nervt mich so ein bisschen dass man nicht intern irgendwie oder kann man hier dann irgendwie zurückgehen das gold stört mich zwar ein bisschen aber kann ja nichts machen hier naja doch so hier machen wir noch so ein handtuch teil hin aber ich würde eher sagen dieses mit schon das oder ein weißes so was er noch dahin ja der passt noch dahin sondern kann uns das nämlich schön so haben wir noch was nehmen die dusche jetzt hätte ich da gerne noch ein blümelein drin wo man in die blumenwände zubehör möbel anschluss ok Akanzими ist ein bewertete aus Tower s Stern so sehr viel spiegel gibt es aber nicht ich bin ja nicht der größte oder die größte klein aber fein können wir da denn jetzt irgendeine deko drauf stellen interessiert mich mal hier zum beispiel so ein fön noch drauf legen ja können wir und föhnen direkt neben der so zwar weil ich zu früh aufgedreht hatte stell ich eine pütze hingemacht wir haben schon mal ein schönes bad finde ich wichtig hier draußen wird es dann auch noch schön irgendwann bin ich mir sicher dort haben wir ja ein bisschen kommen wir ja noch da machen wir die folge noch ein bisschen hier würde ich sagen macht die echt so weit nach rechts wie es geht dass wir genug platz da noch haben für ein bett oder irgendwas obwohl ich ja das bett am liebsten aber hier hinten wird kein bett rein passen das ist zu klein ich finde auch hier den ich weiß nicht wollen ich einen modernen lichtschalter hier noch einbauen die hatte ich nämlich gerade jetzt hier bei anschlüsse meine anderen auch so rot waren finde ich schön so sieht schicker aus aber hier noch nicht schalten da unten noch eine die kann ich nicht drehen okay dann bleibt die so da waren wir hier noch genau hier haben wir noch moment was haben da ist das steckdose und so dann würde ich sagen wir malen erst mal das finde ich auch ganz schicken ne keine blümchen pinke blümchen ich mag tatsächlich die das sind immer nur so schmale ja okay moment lasst mal schauen ich würde das gerne hierhin machen um mein magen knurrt so und das machen wir dann noch mit dem grau passen wir das noch an mit einem ganz hellen grau man sieht dass das eine weiberbude ist nein fällt gar nicht auf ach quatsch und setzt man die einmal hierher da setzt man entweder mit so einem hellen grau ab oder mit so einem beige und dann würde ich das gerne hier noch machen das ist ja schon fast wie tapeten jetzt haben wir keine mehr und dann sind wir noch einmal kaufen obwohl die wand wollte ich ja auch noch genau und die ja brauchen wir noch ein paar hätte ich auf mehrere kaufen gehen können ja was soll's so und das noch so die verkaufen wir ja schick und dann gucken wir mal wenn einmal voller gips für was ist der und dann auf spachteln ok für löcher in der wand ok den boden möchte aber auch gerne noch ändern löcher haben wir ja keine in der wand gut dann würde ich sagen nächste folge machen wir weiter es wird richtig nice hier richtig nice so ja dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne einen daumen nach oben da schaut euch auch die anderen videos auf meinem kanal an wenn euch gefällt was ihr seht würde ich mich über ein abo natürlich am meisten freuen beim abonnieren glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann das nächste mal wenn wir unsere eigene bude mal ein bisschen aufhübschen bis dahin eure shazadi ciao 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 ciao